hallo und herzlich willkommen hier zum cox simulator wieder ja wir sind wieder in der shelterküche hier und ja müssen jetzt also wieder rein finden was denn war nachdem wir wieder in der pizzeria waren da ist ja wieder zeit vergangen da weiß ich jetzt nicht mehr was hier war was habe ich da gekauft stein essenz ich weiß für was oder warum naja gut wir werfen das mal hier hin und machen das mal auf und die steine setzen wir hierher werden die schon irgendwie brauchen ja so was haben wir denn hier anstehen asagei ablage anforderung an das gericht rezept gebackenes schrimps gemüse okay und asgeier soll ich fünf stück jagen okay ja was machen wir zuerst besten machen erst mal das gericht und dann gehen wir noch mal jagen wenn noch zeit bleibt meintes läuft sie ja nicht davon so koch buch rezepte das brauche gebackenes schrimps mit gemüse erst mal wieder das richtige rezept finden ihr wisst ja da war ja was so gebackenes schrimps mit gemüse na ja da bin ich mal gespannt wie die schrimps aussehen hier diese nuklearen schrimps hier sozusagen so also wir brauchen asgeierfleisch 120 gramm in stücken ja ich glaube ich habe aber welches gekauft schon vor sorglich wir schauen einfach mal im kühlschrank dann je nach das sind die hier ja doch hört ich sehe ich ganz vernünftig aus ja da haben wir doch schon was also gut dann nehmen wir mal um wie viel brauche 120 gramm dessen fährt 50 gramm stücke okay das sieht ja eigentlich ganz okay aus ja ja so bisschen wie hühnerbrüste schneiderbrett man hier sieht es aus ne also erst mal 120 gramm muss ich jetzt auch irgendwie würzen weil das ist so ein kleiner geheimtipp von mir wenn was zu würzen ist am fleisch oder irgendwie was anderes mach das vorher und dann schneid es auseinander dann passt das auch mit der würze ja wie mache ich denn das jetzt hier 450 gramm welches einmal durchschneiden biete dann hören wir bei 225 das ist auch blöd wenn ich das jetzt hier drittel das gibt auch nicht auf vierteln ne vierteln gibt sich auch nicht aus das ist ja ganz blöds maß hier ach das war ja noch gar nicht im schneidermodus einfach mal augen zu und durch was haben wir jetzt für ein stückle ich sehe es ja nicht ich glaube zu viel ne was plus 170 gramm ist das ja es ist aber trotzdem zu viel da haben wir noch 280 so roundabout ah das ist echt doof hat man hier gar kein anhaltsmaß ja ne das ist zu klein oh man aber wenn ich da jetzt nach 50 gramm oder so wegkriegen würde aber hier schneiden wir da hinten den bürzel weg hier auch noch nicht genügend ach man den rest machen wir Gulasch oder so na das wollte gerade nicht schneiden was haben wir jetzt ja gut 125 gramm das ist okay so ähm ach so stopp ich muss jetzt dann noch weiter in stücke schneiden na das ist ein teller ja gut da können wir mal den rest hinlegen wobei ich ja jetzt auch nicht genau so genau hätte das machen müssen ne ja ist egal jetzt muss ich das noch mal in äh drei stücke schneiden ich meine das sollte ich ja wohl irgendwie hinkriegen oder das ist ungefähr ja so einigermaßen nicht ganz aber man kann zufrieden sein sondern wir brauchen ein backblech nehmen wir mal das was im oben rum steht und nehmen das mal vom brett so ok jetzt das wollte er noch ein brokkoli 100 gramm brokkoli äh brokkoli wo ist denn brokkoli ah da das ah da brauchen wir zwei stück äh ja man kann leider immer nur eins nehmen muss ich das irgendwie schneiden ne einfach nur drauf legen ja ja dahinter mit dem blech rennen naja das ist auch ein bisschen dämlich eigentlich da alles klar zwei mal brokkoli und jetzt das muss äh 45 sekunden lang gebacken werden ok jetzt können wir ja schon mal in den ofen schieben hallo klappe zu weil jetzt nochmal die garnelen vorbereiten die garnelen ne ne moment mal das muss jetzt zuerst backen und dann müssen nach den 45 sekunden die garnelen dazu der knoblauch der knoblauch der wird nicht äh heiß gemacht ach gott ach gott da haben wir noch viel mehr gekrempelt öh eieieiei ja das müssen wir auch noch vorbereiten ok 100 gramm garnelen öh wie mache ich denn das jetzt hat mich nehmen wir erstmal so ein kleines schüsselchen hier flunk zum glück ist das metall das geht nicht kaputt na ey ich sag mal das ist da hier so das sind nämlich fünf garnelen hier ich meine die sehen ja eigentlich ganz nett aus ne so schlimm sehen die nicht aus so die mal vorbereitet mal hierher irgendwo äh puh ja dahin so knoblauch in hälften der geht dann der geht dann nur auf den teller alles klar ähm knoblauch wie viel knoblauch ist denn das 20 gramm das sind dann 2,10 oder so nehmen wir aber schon mal einen teller mit Knoblauch 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 der hängt hier rum das sind 2,10 und das sollen 5 gramm stückchen sein ok das heißt eigentlich will ich den Knoblauch viertel müsste es eigentlich schon gut sein ne zack das ist echt schade dass man eine Ventilator hier oben da ausschalten kann der tut da ranzen ey wie blöd das nervt so ein bissle aber nur so ein bissle ne nervt das man merkt es ja fast nicht so das sieht man halt so schlecht da müsste man zoomen können noch das ist wahrscheinlich eh nix was haben wir da für Stücke ach ey was genau 5 gramm stücke ne quatsch ich hab's ja gar nicht nochmal quer warum das war total quatsch das wäre falsch gewesen aber das hat er eh nicht genommen ich glaub es gibt da so eine kleinste äh größe menge hier sozusagen kleiner kann man es gar nicht mehr schneiden ja wobei ich weiß ja durch das jetzt ein Hexler getan hätte ob das dann hm müssen wir mal testen ne so also ich möchte jetzt halt noch nicht anfangen backen weil sonst wird dann nachher das andere Zeug kalt das können wir nämlich parallel versuchen zu machen so also hier brauchen wir Kartoffeln und blaue Pilze müssen die gewürzt werden nein ok also wir brauchen den Topf großer Topf ist da was drin nein der sieht leer aus mit einem Liter Wasser ja damals wird das warme Wasser offen aber naja gut das ist ja eigentlich so dass es nicht immer gleich heiß ist das wird ja erst warm auwei ey das wäre zwar schön dann würde es ja eigentlich schneller anfangen zu kochen ne so äh die Kartoffeln müssen dann entvierteln den Topf können wir mal ganz kurz hier äh schon mal am Herd abstellen ich brauche 300 Gramm wie viel ist denn so eine Kartoffel 150 warte mal ist in der Schale was drin nein äh Mist dreht sich fest der Mixer den müssten wir auch irgendwo hinhängen können so 2 mal und blaue Pilze brauchen wir 50 Gramm einmal so jetzt werden wir mal kurz hier gucken habe ich die ne die habe ich noch gar nicht angesetzt ok passt schon weil ich will da nicht wieder irgendwie was anpflanzen dann mutiert ist und dann kann ich sie wieder wegschmeißen weil es mutiert ist Moment 38 Gramm das ist ja blödsmaß 300 das ist wenn ich das teilen will das sind 9 Schnitte oder so ne das passt überhaupt nicht er kommt da meckern so wahrscheinlich eh wieder wegen der Schnitttechnik wenn ich das jetzt einfach durch den Mixer haue ich meine den Pilz das lasse ich mir angehen den kann ich einmal halbieren das ist in Ordnung mal schauen ob es klappt mal schauen ob es klappt mal hier so der sieht ein wenig merkwürdig aus der Stiel der ist eigentlich hier ab ne so äh warte mal die Pilze müssen die müssen die man da heißt die Kartoffeln 60 Sekunden lang und zu einem Topf entziehen die blauen Pilze hm das heißt ich muss äh die Pilze in einen extra Topf packen ok ob ich das verstehe aber ihr wisst ja die Kochinstruktionen sind manchmal auch ein sehr komisches brennt doch hier an wenn das kein Wasser hat hier weil nachher schmeckt es wieder nach Kartoffeln oder so das darf vielleicht auch nicht sein ne ja ja mit den Kartoffeln was mache ich denn jetzt wenn ich die Viertel was habe ich denn dann das sind 150 dann sind das 75 oder so wat ja und dann das Viertel nochmal auseinander geschnitten dann kommen wir hin oder ach komm ich haue die einfach hier in den Zerkleiner rein die Kartoffeln das ist mir zu wurscht und die würden sonst eh wieder an der Schneidetechnik rum mosern weil es nicht passt hier hinten vorne so das ist dann das kleinere Übel jawoll ja naja gut da haben wir jetzt hee mehr Stückerle aber ich sehe es ist mir wie gesagt jetzt wurscht hier da mache ich nicht lange rum ja da mache ich mir gar keinen Kopf mehr weil das wird sowieso gemosert dass es nicht passt warte mal äh drehen vorwärts ach ich will jetzt ja dass es daneben geht hier es geht ja gleich daneben ne warte mal einen Moment stopp es geht doch bestimmt auch so wenn ich den Topf nehme und das wieder so einsammle weil das Lernen das ist ja was totaler Qual hier genau dann wird das hier einfach alles reingeploppert hier so gut dann können wir den Behälter wieder zurück packen so ja würde ich sagen ähm zuerst muss das der Backofen eigentlich ein auf 75 Sekunden oder mal ach das jetzt eine Minute ja ist egal dann machen wir das hier machen wir das hier machen wir dafür extra 60 Sekunden und naja gut hier müssen wir noch 15 Sekunden noch 10 Sekunden dazu zählen ca wenn das jetzt rappelt ach die Karawane kündigt die schon ein bisschen noch gar nicht fertig ja das ähm na gut wenn die Kartoffen schellen dann ist das eigentlich auch soweit ne Doppelt gemoppelter Wecker hier ich hab da schon Bedenken dass da was anbrennt weil das da muss ich jetzt nämlich noch äh dann was dazu packen Garnelen muss ich da noch dazu packen ne ja bisschen länger noch lassen hier und irgendwas stimmt sowieso nicht ne ne machen wir hier auf so äh ja ist ja gut ich glaub doch die Pilze hier irgendwie ne ich glaub die Pilze gleich wegschmeißen das ist nix hier das war keine gute Idee die müssen jetzt dann zu den Kartoffeln nochmal mit rein so ähm ja jetzt müssen die Garnelen hier aufs Blech äh warte mal warum geht denn ich denke halt warum geht denn das nicht anfassen so zack das wieder rein äh wie lange muss das jetzt weiter packen ach du scheiße aah das hätte ne ich hab's total falsch vermasselt ei 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 äh hm Mist äh das kann ich eigentlich total in die Tonne kloppen hier jetzt das Fleisch ist eigentlich schon viel zu weit und der Brokkoli ja ich glaub das war heute totaler Quark hier mit dem gut aus die Kartoffeln die können wir noch retten das ist aber die Pilze hier die sind ne ich schmeiß die weg die die sind zu weit das ist nix hier ja das war schlecht ja dann hole ich mir nochmal einen neuen Pilz hier das machen wir jetzt mal hier ja wahrscheinlich kommen jetzt eh gleich die Karawane ne zwischen rein also da müssen wir noch was machen gleich das äh kann ich so nicht lassen das Fleisch hab ich einfach zu zu so lang schon gebacken da hab ich einfach nicht aufs Rezept geachtet so jetzt das hier rein und dann nochmal 60 kunden ja normalerweise die Kartoffeln nämlich ja ja doch liegt denn hier am Boden Kartoffeln äh ja das fehlt ist egal mal das Gerät hier aufheben so und jetzt ähm das Fleisch können wir weghauen und äh den Brokkoli ja das das hat keinen Sinn das hauen wir einfach mal hier in den Teller rein leider leider weil da wird etwas das wird dann anbrennen der Brokkoli wird dann überhitzt und die Kanälen wäre jetzt nämlich nicht fertig dann das äh ne das kann man so nicht anbieten das geht nicht so jetzt ist es natürlich doof dass das jetzt auf dem Backblech schon wieder liegt äh warte mal dann nehmen wir nochmal kurz die Plastikschüssel und nehmen das mit vom Blech so ja genau äh oh da liegt noch ein Stück Fleisch das hab ich gar nicht gesehen so das jetzt nochmal hier rein ja das äh hauen wir weg hier das äh das kann ich keinem mehr anbieten hier ich weiß nicht da könnte ich irgendein Fantasie-Essen draus machen aber das zählt halt dann nicht ne so also dann brauchen wir nochmal zwei Brokkolis und jetzt ist noch Fleisch schneiden ähm 40 Gramm Stücke warte mal da haben wir naja 17 äh dann haben wir noch so ein so wenn ich den Rest hier hinten ein wenig abschneide na die ist wieder mal nett das ist doch na das passt ne passt nicht ey da sind noch ein paar Gramm zu viel dran so jetzt misst er eigentlich hallo naja das ist wieder zu wenig oh man naja und dann müssen wir es halt irgendwie hinschriemeln dann das Stück hier noch auch 105 okay ah 40 Gramm Scheibe ha 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 das ist vielleicht so so das ist wahrscheinlich zu wenig ja nur die eigene Scheibe würde passen so ach ach ich kann das gar nicht man das ist ja alles immer so umständlich tatsächlich man die Sachen gehen so nicht und dann so warte mal ha 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 jetzt kriege ich die eigene Scheibe hier nicht vor die hier will ich wegpacken so gut jetzt hat er wieder das Blech in die Hand genommen so so wenn wir der Karawane mal sagen dass ich jetzt gerade her wenig Zeit habe hier he ich komme jetzt dann rein und dann ist hier schon wieder ja dann stören die mich hier einfach ne äh 20 20 20 ja so 45 Sekunden so warte mal komm her e 40 circa so wenn es dann rappelt ja dann wird wahrscheinlich die Karawane da sein so ok und das muss ich dann noch weiter kochen für 60 Sekunden machen wir erstmal hier deshalb fertig hier ne das heißt fertig ist es noch nicht aber das ist es wird nämlich gerade eng mit der Uhrzeit hier ne ja das ist wieder ganz blöd ja ich hab's gewusst und dann stehe ich wieder blöd dort und ja so ich hab aber was verkauft radioaktive Fischsuppe alles klar da können wir die Details mal angucken ja gut Technik haben sie es natürlich wieder bemängelt ja hier sind falsche Sachen naja gut ok der ist besser alles klar das war einfach jetzt mal nur so ok ja es bleibt dabei wir machen weiter kaufen kaufen ich weiß grad nicht Gewürze sind Chiliflocken im Angebot wir haben noch was hä ah da sinds dann kaufe ich hier mal einen davon äh verschiedenes kaufe ich jetzt mal gar nichts weiter ach ist ja Wurscht hier wir kaufen gar nichts wir brauchen jetzt nichts das stört mich grad zum Bing so alles klar wollen wir aber weiter ja ist das meine ich nämlich das stört einen dann mittendrin und dann kann es sein dass alles hier käse wird hier jetzt müssen die nämlich dabei und dann sind jetzt noch zusammen mit dem anderen zeug weiter packen noch mal 70 sekunden einstellen wenn es geht ach scheiße 60 habe jetzt ein bisschen verbaselt hier und hier das muss eigentlich im prinzip auch noch mal 60 sekunden das können wir eigentlich jetzt da kommen wir stellen extra weg ja dafür ach man was soll's moment das stelle ich den weg ja gar nicht so ich habe das jetzt hier wieder ich habe mich mit tasten hier verranzt okay passt man kann zwar auch noch den balken gehen aber eigentlich gibt mir auch zeit ne jetzt gucken wir mal naja die garnelen werden doch nicht so schnell fertig der brokkoli brennt doch jetzt an also da kannst du mir doch sagen was willst doch die garnelen ziehen doch ganz schön gut nach hier was er sieht ne alter brokkoli brennt jetzt an denkt ja gleich wird es rot beim brokkoli und dann ist das auch hier soweit würde ich sagen gleich hallo ja passt punkt landung gut ja jetzt ist mal schauen wie was wo es kommt alles auf den teller nicht auf den teller wo habe ich denn hier den teller sammeln wir mal das hier alles ab das hier noch oh gott jetzt ist noch die ganzen kartoffeln drauf und die pilze viel zu viel war gut ablehren tut man es ja normalerweise aber in dem fall ach du heiliger ja das war logisch das runter blumst da gilt aber hier die kurzzeitregelung ja das ist schön geworden hier da sind die kanälen richtig gut aus doch es müsste so passen minimale sterne recht zuweisen erfüllen die bedingungen alles klar ja dann passt ja alles klar sehr schön freut mich so den ofen zu das wasser kann weg die spieler die dann ist dreckig aus hier alles klar ja also das muss man auch ich habe wirklich gedacht die pilze müssen extra topf auch und das war halt das verhängnis dabei so jetzt hat das haben wir also fertig das heißt wir können jetzt auf jeden fall jagen gehen jetzt kommt ja die karawane nicht so wie viel munition haben wir denn genügend warte mal nehmen muni ist nicht so viel ist gar nicht mehr drin warte mal nachladen ja acht von acht okay gut die geier fliegen wahrscheinlich mehr ja okay oh gott gott getroffen getroffen ja hab ich da zu viel gefreut dass der nächste ist der verschwunden irgendwie sie das ist ein flugsaurier fünf stück brauchen wir ne weil der rest von den viechern der haut er auch ab hier ne hallo ja da haben wir wieder so ja der ist in der sonne verschwunden da sehe ich nix mit dem fernglas in die sonne gucken das ist total schlecht ja da laufen die wattenschweine rum ne sind ja gärteltiere hallo da ist nächste dinosaurier ja sozusagen ja und der fliegt ganz schnell weg den hätte ich eh nicht bekommen da das gewehr muss man ja nicht aufpumpen ne ach schreit doch wirklich wie so ein aerodactylos da hier hab ich den jetzt nee dass das abgekommen ja der ist daneben geschossen flugzeug im lande anflug sozusagen was muss ein fleisch wir werden immer magere die viecher hier wie flamme jetzt hier von fünf okay da ist der nächste fluchtdinger ja flugsaurier ja das war doch ein schöner treffer jawohl passt ja moment lassen wir mal kurz gucken auf unser kleines büchlein ja wieso all laute anzeige können wir noch ein mehr schießen da haben war und der rest da könnte war ein bisserl ausdünnen mit ratten und gürteltieren der gürteltiere muss ja wieder zweimal treffen weil einschissreich dich aus ja ist schon recht das hört sich schon an hier da hätten wir eine ratte bleibt stehen eine ratte das wäre schön wenn es angezeigt würden würde was man jetzt schon geschossen hat grad da muss wenn man das ding rennen und gucken was hat man denn da lassen wir schauen hier ist noch eine ratte eine nacktratte sozusagen ich habe ja kein fehlen das ist eigentlich positiv die kannst du eigentlich ziemlich einfach verarbeiten müsste nur so ein bisschen ausnehmen vielleicht noch mal schauen aber einfach so auf dem grill stecken bin dafür kein experte nee ich ja gibt keine geier mehr weil sonst die man sich zu aktivieren dann dauert es für ewig bis wir hier neue kommen es kommt gerade keine gürteltiere 1 2 3 ratten haben wir jetzt auf jeden fall da liegt ja noch ein geier das ist aber merkwürdiger aus so er freut sich heute oben jetzt aber ja ich will euch nicht der gürteltiere kommen jetzt gerade keine mehr oder wie die haben jetzt den raten gerochen dass ich die jagen will ratten 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 put 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 also köder mehr versucht es taugt ja auch nichts hat da hinten will habe ich das jetzt schieß also stehen geblieben das war das gute da liegt auch noch ein geier da gab er da hinten rum die die gürteltiere gut dass die jetzt nicht gleich abbauen so schnell da kann ich nämlich gleich zweimal drauf schießen wie ich gar nicht so gewohnt ja ja ihr könnt jetzt ihr habt die ruhe für heute ja ja ich hätte gern noch zwei ratten wenn es geht und drei und ist von diesen gürteltieren aber irgendwie die wollen nicht so wie ich will der vorher sind sie mehr umgrant kein gürtelt hier hier ist wieder eins aber das ist ja dahinter im ganzen kladratatsch hier weit 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 das lassen wir ein bisserl laufen weil das ist eigentlich ein witz wenn du zum beispiel in headshot macht ja ne kopfschuss dass das da nicht sofort hier umklappt hier das wie ich normalerweise das bei jedem wie ich wenn der kopf weg ist ja dann ist ruhe also die wollen irgendwie dass ich sie abschießen aber ne ne ich habe gesagt fünf stück werden gejagt also die hälfte wir wollen das ganze nicht überjagen ja mal gut man kann es nicht ausrotten glaube ich aber ja jetzt haben wir noch eine förderrate im prinzip damit kannst du ja ein bisschen geld generieren wenn man so will das vielleicht kann man ja verkaufen da warte mal ach der hat automatisch hier das steht zwar immer nachladen team von acht jetzt zum beispiel schüsse noch aber der hat irgendwie automatisch schon das was ich reingestopft hatten geladen jetzt werden gerade zwei raten gekommen hätte ich ein bisschen gewartet vielleicht ist sie vielleicht nacheinander abknipsen können aber bei den ratten müssten wir jetzt auch nur noch fünf herumlaufen haben oder nee okay aber ich habe doch schon fünf geknipst oder hab doch hier schon fünf geknipst ist eine zufälligerweise nachgewachsen sozusagen ja auf der stelle hat das noch ein gürtel tier das krieg ich nicht ne das weil meine maus tut da zu arg ruckeln hier da habe ich nicht so das fingerspitzen gefühl drin mit dem zielen ist auch echt schwierig dann hier sniper elite oder so zum beispiel spielen und dann hier in der entfernung was abknippen ne da bin ich einfach zu grob didaktisch mit der maus ja manche könnte hier super gut hier oder battlefield die zeit die ich damals da die sind vorbei also da habe ich mal ganz gut gekonnt noch aber irgendwann du wirst auch langsamer irgendwann du bist dann immer dann kommen ja die kiddies und naja die spielte da raus vor dann dann guckst du blöd aus der wäsche das hat gepasst dann laut meiner rechnung noch eine ratte jetzt hier dann ja das wächst hier währenddessen nach das ist ja witzig dann können wir doch noch einen geier abschießen aber jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr ne doch nicht da ist einer linker flügel abschießen so zu sagen war es jetzt hier eigentlich ja lassen wir mal gut sein ich habe jetzt keinen bock mehr zu warten da runter mit uns das langt ja wir haben eigentlich das voll erfüllt was wir machen sollen gut wie viel zeit haben wir denn jetzt 16 und 9 ok alles klar ja da würde ich aber es aber so sagen für uns heute ist der tag gelaufen ich werde die folge beenden ich sage wieder vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn das so ein bisschen nicht so ganz gut war erst am anfang ja dann bis zum nächsten mal euer lego bye bye